Unsere Neurotunes Entspannungsmusik ist unterlegt mit Neuroeffekten. Deswegen soll man das eigentlich mit einem Kopfhörer hören. Die Kopfhörer unterstützt diesen Neuroeffekt. Und da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die wir da eingebaut haben in die Musik. Das erste ist das Tempo der Musik. Das beginnt ein bisschen schneller und wird dann langsam runtergeführt und dadurch wird der ganze Organismus auch mitgenommen, sozusagen in einen Entspannungszustand. Mit den binauralen Beats, so heißt diese Technologie, kann man sehr gut steuern, in welchen Aktivitätsbereich man hinein möchte. Zum Beispiel in den Alpha-Zustand. Das ist knapp oberhalb der Einschlafgrenze. Hier ist man üblicherweise sehr entspannt. Oder vielleicht gar in eine REM-Phase, in eine seichte Schlafphase oder vielleicht sogar in eine Tiefschlafphase hinein. Und was man auch machen kann, man kann dadurch auch ansteuern, diese Beta-Phase, wo man sehr aktiv ist, wo man konzentriert ist. Das alles geht mit diesen binauralen Beats. Und dann gibt es noch diesen Ding-Dong-Effekt. Das heißt bilaterale Hemisphärenstimulation. Und das hat eine sehr beruhigende Wirkung auf unsere Emotionen. Und da gibt es manche CD-Produktionen, da ist alles mit reinverpackt. Also mittlerweile ist das schon sehr komplex aufgebaut, unsere Musik. Wir haben großes Know-how gesammelt. Aber am besten ist einfach reinhören, das ausprobieren. Vielleicht findest du auch eine Musik, die dir hier sehr weiterhelfen kann.